Kümmerliche Vorstellung Und die Menschen waren ihre Sklaven aber die Kämpfer waren ihre Gladiatoren Einer unter ihnen war Zuben Er kämpfte gut denn er teilte den Glauben der Orks und die Orks schenkten ihm die Freiheit und Zuben wanderte in den Süden Unmöglich Es ist ja unmöglich, dass der Zuben in den Süden wanderte So, was haben wir denn hier Schönes? Jagdgeschick Tja, kein altes Wissen für mich Ja, dann mach das doch Weil sehe ich mich dann mal so lange da hinten um während du dich hier umsiehst Es geht echt tiefer in die Höhle, als man erst denkt hier Bin ich aber cool Ich denke, die Höhle Okay, was haben wir denn hier Schönes? Stab der Magie 130 Mana Es braucht aber 240 altes Wissen Das ist die Frage Ging es da hinten noch weiter? Ich meine Man konnte da Und noch durch So hier Ganz sicher bin ich mir aber auch nicht Nur das sah hier so aus Das würde man hier mit der Fleischwanze durch können Das ist mir auch bisher nicht so aufgefallen Bis das gehen würde Probieren wir es einfach mal Doch Das ist ja cool Schlangenbeschwörer Was haben wir denn hierher? Schild Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Verbessertes Assassinschwert. Wenn es jetzt Nefarius gewesen wäre. Was ist denn dieser Schlangenbeschwörer-Schild? Verbessertes Assassinschwert. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Sieht doch gut aus. Die Kombination. Das ist jetzt nicht meine erste Wahl. Aber kann man mal machen. So, wir hatten noch irgendwas. Hatten wir nicht noch Wassermagier-Stab oder so? Ja. Eisschaden. Stab der Verteidigung brauche ich dafür. Den habe ich leider verkauft. Aber guck mal, das Ding könnte ich mir dann noch machen. Wenn ich den wollte. Das Problem ist nur, jetzt komme ich hier nicht wieder weg. Ich habe noch eine Bleisschwanzenverwandlung. Aber das ist cool. Das ist glaube ich das erste Mal, dass ich das so bewusst bemerkt habe, dass man hier weiter kann. Wahrscheinlich gab es mehrere Stellen, aber ich habe nicht aufgepasst. So, dann reden wir mal mit Marius. Und? Hast du den Zauber gelernt? Ah, ich beginne die Zusammenhänge zu verstehen. Es wird reichen, um dir die notwendigen Komponenten beizubringen. Ich werde dich den alten Spruch lehren. Bring mir etwas über alte Magie bei. Hm, okay. Ich meine, ich könnte ja wirklich altes Wissen jetzt lernen. Einerseits wollte ich auch noch Stabkampf lernen, ne? Naja, dann warte ich vielleicht doch noch. Läuft man ja nicht weg. Außerdem wollte ich ja, wenn dann, eh eher den Meteor lernen. So, warte mal, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hier, ne? Habe ich eigentlich auch diese Templer-Rüstung gefunden? Normalerweise war ich immer so eine Templer-Rüstung, aber ich glaube diesmal nicht. Naja. Jetzt wird es langsam düster hier. Aber heute machen wir dann hier eine schöne Erkundungstour. Ich will noch den Mörder von Ramirez finden. Das heißt, wir müssen wieder in die Ruinenfelder. Und ich will noch den ominösen Lurker-Boss töten. Ich vermute mal, dass er sich irgendwo hier auch in der Nähe verbirgt. Und dann könnten wir noch Geld zusammenkratzen. Noch ein paar Leute bestehlen, damit wir 300.000 Gold zusammenkriegen für Ishtar. Ich hoffe nur, ich komme nach Ishtar, ohne die Oase freizumachen. Da ist ja noch eine. So, da ist noch eine Stille, wo was sein könnte bei diesen Felsen. Und da oben ist, meine ich, noch eine Höhle. Ich könnte auch erst schlafen gehen eigentlich. Dann sieht man ein bisschen mehr. Wobei es für den Helden vermutlich angenehmer ist, in der Nacht, in der Wüste herumzuwandern. Aber das kann uns ja egal sein. Hier ist doch ein schönes Bett. Der hat auch wieder seinen Bogen zurückbekommen. Ich habe ja gemerkt, dass sich einige Leute schon in der Vergangenheit Sorgen gemacht haben. Ja, aber die Leute, wenn du die alle beklaust, dann haben sie doch gar keine Waffen mehr. Aber gerade die Leute mit besonderen Waffen, die bekommen ihre Ausrüstung sowieso zurück. Und alle anderen bekommen einfach so rostige Schwerter und hier und da. Und das Ding ist ja auch, dass bei NPCs sowieso das mit den Schaden irgendwie anders läuft. Also ich glaube, ein starker NPC kann dir mit einem rostigen Schwert auch viel Schaden machen. Weil die haben, glaube ich, nicht alle so unterschiedliche Werte. Das wird irgendwie anders berechnet. Ich kann mich aber auch täuschen. War nur so ein einsamer Feuerwaran oder was? Was ist denn das denn gerade? So, das ist doch der perfekte Ort für einen Lurker-Boss. Was meint ihr? Okay, oder auch nicht. Hatte mich jetzt schon gefreut. Geil. Dann kann ich eigentlich den mal tragen. Ich stelle noch ein bisschen. Ich stelle noch ein bisschen. Äh, Entschuldigung. So, dann machen wir mal Licht. Und hier, ein Mindcrawler-Ei. So, so. Oh, eine Steintafel. Die begrüße ich doch. Achso, und hier... Hier steht etwas über die alte Magie. Ein Erfahrungsbuch. Tausend Erfahrungen. Schön. Schön, schön, schön. Na ja, dann ist der Lurker wohl nicht hier. Müssen wir weitersuchen. Geh mal hier hoch. Schau mich mal bei diesen Ruinen da um. Da könnte noch was sein. Da ist ja auch ein großer Bereich mit so abgestorbenen Bäumen. Da ist ja auch ein bisschen. Aber hier ist gar nichts. Ohne sein Lagerfeuer. Ein Oga. Ein meerer Oga. Aber man weiß ja, ein U-Ber kommt selten allein. Gegen U-Ber zu kämpfen ist mit dem Stab halt echt doof. Ich treffe die aber nicht. Sonst habe ich sie zumindest so getroffen. Vielleicht muss ich mal wieder mein Equipment wechseln. So geht das doch. Schon besser. Vielleicht gar nicht schlecht, dass ich auf alle Waffen gleichzeitig gegangen bin. So kann ich verschiedene Gegnertypen mit verschiedenen Methoden bekämpfen. Und das geht auch. Läuft doch. Läuft doch. Tja, aber da muss ja der Lurker irgendwo mehr in der Nähe sein. Ich meine, da waren wir. Kann das sein? Oder waren wir ganz da oben? Also in irgendeiner dieser Ruinen, da waren wir. Da waren wir auch. Da waren die Ogre drin. Ich schaue mich mal hier noch um. Da sind bestimmt auch noch mehr Ogre, ne? Ne? Komisch, weil hier so ein Lagerfeuer ist, aber da ist gar nichts. Wo ich richtig Bock habe, ist auf eine reine Erzwaffe. Dafür sollte ich vielleicht auch noch Lernpunkte sparen, müsste ich sagen. Aber die hätte ich schon noch lieber als die Magie an sich. Ich meine, wir kriegen noch einiges an Erfahrungspunkten, aber... Was sagt meine Schmiedekunst überhaupt? 31. Was brauche ich hierfür? 60. Aber wir machen noch einige Schmiedequests und so. Dann können wir auch noch Rüstung verbessern lernen. Weil die reinen Erzwaffen, die waren ja richtig gut hier. Was mir ja richtig gut gefällt. Ich glaube, wir kriegen auch genug Erfahrung, um auf alles Mögliche zu gehen. Weil da kommen noch so viele Ork-Kämpfe, die ganzen Städte befreien. Okay, so geht das nicht. Also zwei Blocken ist nicht. Ah, das ist ein bisschen schwierig gegen so viele. Ich mache mal einen Trank. Ich glaube, ein Oga ist irgendwie unter der Erde. Ah, jetzt sind hier vier. Gefährlichen Sand-Oga, die sich mal einbuddeln. Tja, kommt sie hier nicht runter. Tja, und jetzt gehe ich hier hoch. Was machst du dann? Ja, ja, ja. Hier liegt auch ein toter Assassine. Wüstenläufer. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Nicht schlecht. So, da oben war ja dieser Drache, ne? Der Feuerdrache. Die Frage ist, was ist hier? Das hatten wir denn schon lange nicht mehr. Löwen. Ja, Löwen. Das sind Löwen. Aber für Löwen nehme ich lieber mal ein Stäbchen. Und hier diese Taktik würde im echten Leben auch funktionieren. Gegen mehrere Löwen so zu kämpfen. Einfach mit einem langen Stock. Also ich wette, die Leute, die Löwen gejagt haben, haben wirklich Speere benutzt. Weil ich meine, so ein großes Viech auf Distanz zu halten, macht ja schon Sinn. Also bis es Schusswaffen gab, natürlich, ne? Nur gerade mit so einer alten Muskete stelle ich mir das schlimm vor, wenn du dann nachlädst, beziehungsweise du musst erstmal deine Muskete da stopfen, was schon ewig dauert. Kugel rein, alles, ne? Dann hast du einen Schuss. Und dann verletzt er das Tier vielleicht, aber nicht so, wie du willst. Und dann läuft es weiter auf dich zu. Und was machst du dann? Dann musst du wahrscheinlich auch eine zweite Waffe haben. Oder ein Bayonett oder so. Moment mal, da oben ist ja noch eine kleine Ruine. Hier schwebt ein Stein. Wie kann das sein? Okay, hier ist nichts. Da waren die Ogre. So, dann laufe ich mal ein bisschen die Richtung. Ich laufe mal zur Küste, vielleicht gibt es auch noch was Neues. Wir können uns ja auch jederzeit wieder zurück zu dem Zeltlager teleportieren. Ansonsten könnte ich auch gleich da runter gehen. Die Ruinenfelder von Morassul müssten ja da unten sein. Ja. Können wir uns Hassern schnappen. Mich hat das auch immer gestört, dass so eine Stadt wie Ischta keinen Hafen hat. Oder Bakaresch, ne? Habe ich auch schon drüber geredet. Diese Städte bräuchten eigentlich riesige Häfen. Das wäre ja auch cool, wenn hier so ein Weg runterführen würde. Und dann könnte man zum... Es gibt hier Antilopen. Wie witzig ist das denn? Antilopenfleisch. Interessant. Ist ja cool. Ich meine, wenn ich hier so einen Weg runterführen würde, dann wäre da der Hafen von Ischta. Und das wäre nochmal wie so eine kleine eigene Ortschaft. Also Antilopen sind anscheinend einfach Reskin-Hirsche, ne? Ich meine, ich bin hier so ein paar Sachen. Können uns bald mal wieder scharfe Pfeile machen. Mittlerweile haben wir doch bestimmt paar Zähne wieder eingesammelt. 300 Stück, da können wir uns schon mal 600 Pfeile machen. Hier kann man auch einmal rumlaufen komplett, aber in das Gebiet da hinten müssen wir sowieso später. Wenn wir in Ishtar Quests machen, dann können wir auch dahin gehen. Guck mal, hier wäre so viel Platz für so einen riesigen Hafen. Richtig schöne Hafenstadt. Die Aussicht ist immer wieder cool, ey. Ich mag dieses weitläufige hier in der Wüste. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, also Nordmar ist ja mehr so zerklüftet. Aber wenn es in Nordmar zumindest eine Stelle geben würde, wo man vielleicht so auch so ein Gebiet hätte. So eine riesige Eislandschaft. Das hätte mir auch gefallen, weil irgendeiner sagt das doch, ne? Die Eiswüsten. Also der Begriff fällt auf jeden Fall mal irgendeinem Nordmann. Aber es ist ja nie wirklich so eine Eiswüste. Es ist ja mehr so ein eisiges Schluchtengebiet. Also ein richtig weitläufiges Gebiet, nur mit Schnee und Eis. Würde mir auch gefallen. Das wäre schon cool, wenn ich mir das so vorstelle. Da hinten würde man dann auch so einen Berg sehen mit so einem Clan oder so. Und dann... Alter, was geht hier denn ab? Hier ist eine Höhle? Irgendwann ist ja die Blutfliegenkönigin hier, oder was? Ich muss sagen, diese Höhle habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Alter, die Blutfliegen... Ich habe noch nie so viele Blutfliegen auf einem Haufen gesehen. Oh, das wird nix. Ich würde es bitte sein lassen. Ich würde es bitte sein lassen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Alter. Da dachte sich wohl jemand... Es gibt noch keine Höhle mit 500 Blutfliegen. Zeit für eine Höhle mit 500 Blutfliegen. Oh, eine Riesenblutfliege. Junge. Komm her, du Scheißvieh. Alter, die hält ja voll viel aus, Mann. Ich will nix sagen, aber ich muss mich mal heilen. Danke, dass jeder wartet auf mich. Ich freue mich jetzt zu schützen. Groß und lästig. Okay, das war eine nette Überraschung. Das macht das Erkunden aber so interessant, wenn du jetzt nochmal diese ganzen Höhlen dir anschaust und auch noch irgendwas anderes findest als nur leere Höhlen oder so, sondern einfach so besondere Viecher mal. Das ist schon ganz cool. Lebst du etwa noch? Unmöglich. Ich gebe dir gleich unmöglich. Nichts ist unmöglich. Ring des Schwertkämpfers. Ist der Titel nicht so ein bisschen komisch? Ich meine, das ist ja eigentlich nur ein Stärke-Ring. Hier steht auch Ring der Macht. Aber Ring der Macht war eigentlich immer Stärke und Geschicklichkeit bei Gothic 1 und 2. Und Ring des Schwertkämpfers? Weiß ich nicht. Der könnte ja ruhig auch noch Schwertmeister geben. Die Leute, die es noch nicht haben. Da oben ist der Drache. Den lassen wir mal. Sagen, ich nehme jetzt mal den Weg hier runter. Auch gar nicht gefährlich, so eine Klippe herunter zu stürzen, wie so ein Wahnsinniger. Macht der Held jeden Tag siebenmal. Ja, da ist die Höhle. Der schweren Truhe. Ja, und hier sind jetzt die riesigen Ruinenfelder. Feuer-Golem. Feuer-Golem. Oh, das ist ein großer Feuer-Golem. Ein besonderer. Schrecklicher Feuer-Golem. Aber warum ist der denn so schrecklich? Ach du Kacke, der sieht ja viel aus. Irgendwie kann er mich gar nicht treffen. Wenn er mich haut, dann trifft er mich nicht. Da kann ich immer zuhauen. Der spannende Kampf. Gegen den schrecklichen Feuer-Golem. Geht in die nächste Runde. Sind das die Golems aus der Kenia? War noch so ein bisschen mehr bulky, ne? Schon komisch, dass er mich nicht treffen kann. Wo ist er hin? So, die Frage, wer hat hier die Fackel angezündet? Ah ja. Ein Schack-Aal. So sieht man sich wieder. So. Also ich hätte diese riesige Stadt schon gerne mal in ganzer Pracht gesehen. Die Welt von Gothic hätte so viel Potenzial für so viele Spiele noch, ne? Wenn man so überlegt, man könnte ein Spiel machen von den ersten Enos-Gläubigen in der Wüste, ne? Das Volk von Varand. Die diese ganzen Städte errichtet haben. Na, sieh mal einer an. Hä, wieso kann ich... Ich meine, ich könnte Hassan jetzt umbringen, aber wieso kann ich noch nicht mit ihm reden? Erzdiebe. Der Mörder von Ramirez. Hey, normalerweise konnte man doch mit ihm sprechen, oder nicht? Da kannst du mir auch nicht helfen, das ist schade. Ich meine, ich kann ihn trotzdem umbringen, aber ich frage mich gerade, wie ich noch mit ihm sprechen kann. Hassans Brief. Guck mal an. Vielleicht auf diese Art. Hassan, in Benzala ist eine Lieferung mit zehn Erzrohlinge angekommen. Finde sie und nimm sie an dich. In. Ah. Wo sind die Erzrohlinge? Die habe ich längst verkauft. Ha, einen ordentlichen Batzen Gold haben sie mir gebracht. Aber den wirst du niemals finden. Ich werde Ramirez rächen. Versuche es. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Bleib stehen, du Hund. Achso, vorhin habe ich ja zu dem Thema Waffen hier gesagt, die bekommen neue Waffen. Also Hassan hat jetzt natürlich keine neue Waffe, weil ich noch nicht außer Reichweite war. Aber sobald man einmal außer Reichweite ist, haben die neue Waffen. Und dass ich die Hassan jetzt geklaut habe, das war ja ein taktischer Move. Oh shit, ich muss mich mal heilen hier. Hassan und seine Crew sind ja schon heftig. Hassan ist richtig krass. Mich will ich mit dieser Attacke wegzimmern hier. Schade, das geht nicht. Einmal noch. Dann fliegst du, Junge. Nice. Ja, das können wir dann jetzt Ningal berichten. So, gibt es hier auch noch den großen bösen Anführer-Schakal. Das cool wäre, wenn man hier noch mehr von diesen Steintafeln findet. Das hätte er schon was. Das hätte er schon was. Guten Tag. Nach vorne, man könnte ja noch diesen ganzen Strand entlang laufen hier. Jetzt bin ich erstmal hier bei den Ruinenfeldern. Weißt du, die Sache ist, wahrscheinlich ist im größten Teil der Ruinenfelder nichts besonderes. Aber alleine, wenn man da noch so ein besonderes Vieh findet, dann ist das ja auch schon mal was, wie dieser Feuergolem eben. Das war's für heute. Was haben wir hier? Eine riesige Urne. Der hatte auch noch einen Erzrohling. Entscheidend hatten die auch untereinander Streit und haben sich dann aufgeteilt. Da weiß man ja auch nicht, hat den jetzt der Wüstenläufer umgebracht, als er sich verstecken wollte? Oder die anderen ihn umgebracht? Dann hätten sie wahrscheinlich den Erzrohling mitgenommen. Erzrohling. 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 So, hier kann man auch rein. shit mein feuer magier mit kapuze hat er da unten da kommt ging das und da ist der kopf weg und das war der falsche trank oh shit jetzt bin ich im arsch sehr gut gemacht hat er das jetzt sollte ich noch einen halt dran nehmen dass der auch immer einen aufgeladenen machen muss jetzt macht das nicht aber wenn ich jetzt runter gehen macht das hätten doch nicht das ist ja eine interessante rüstung kann ich bitte eine drehattacke machen ich muss mich mal ja 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 das ist ja beziehungsweise so wieso wieso wo ist der andere hin geh mal raus vielleicht kommt er gleich wieder das ist eigentlich der stab des knochen wirkers nicht so gut da ist er doch der aussieht wasser typ moment mal da ist das 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 ist das grab von links ramiere es krass dann ist das ja gar nicht so weit von denen entfernt schon wieder irgendwie faszinierend finde ich das ist auch eine richtig coole stelle hier riesige treppe das war bestimmt mal irgendwie ob gebäude viele sind dann hier von euch oder 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 Urasul Ruine Ah, dass es viel mehr Teleporter gibt, finde ich sehr geil Guck mal, wenn man überlegt, wie wie nah die eigentlich an dem Ort sind, wo Ramirez umgekommen ist Ich dachte, das wäre viel weiter entfernt Die Ruinenfelder, die wirken so riesig, aber Das ist jetzt echt keine große Entfernung Das sind ja ein paar Meter gerade mal Schon interessant Du bist nicht interessant Du bist nur ein Schakal Also noch ein Numaya Numaya Normaler Feuergurlam Du es nicht Du es nicht Boom So hatte der zwei Herzen So hatte der zwei Herzen Okay. Urviech. Das hatten wir auch schon länger nicht mehr. Habe ich noch? Habe ich nicht. Dann kämpfen wir jetzt mal. Mann gegen Dinosaurier. Habt ihr eigentlich ziemlich gut so. Nice, nice, nice. Da ist noch ein Magier. Na, komm. Oh, der ist auch so ein Big Boy. Hätte noch nie im Nahkampf gegen die gekämpft, glaube ich. Das ist doch einfach nur ein Risen Skelett. Zeig. So. Geht mich bestimmt wieder ein. Ja, wat is? Da in deiner Ecke, ne? Oh shit. Das ist. Schutz vor Eis. Halt die Dinger mal. Vielleicht brauche ich die noch für irgendwas. So, ich glaube hier waren wir schon anteilig zumindest. Da vorne sind noch Brawler. Das ist auch schwierig hier. Sich zu orientieren, wo man schon genau war. Das sieht alles ähnlich aus. Da ist ja noch einer. Klasse. Das ist es. Okay. Mehr Schakelchen. Flup. Auf die zwölf. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. taught. schön 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 schnappen wir jetzt noch die Sandcrawler da unten und dann haben wir glaube ich diesen Bereich schon relativ gut erschlossen ich denke mir ein paar Orte werde ich übersehen haben aber ist das wirklich tragisch? ich denke nicht 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 ich glaube den Rest hatten wir schon hier so weit kannst du bitte sterben oder zumindest treffen lassen oder irgendwas tun? ich kann den aber nicht treffen so ich meine da unten da ja genau hier kann ich mich an den Leichen orientieren in den Kadavern war ich hier schon drin es scheint so gut 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 dann können wir hier weiter ziehen wer ist das denn? sanujen 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 du wanderer endlich bist du gekommen was willst du? merdarion der Wassermagier schickt mich ich bringe dich zu ihm wenn du es wünschst ähm in der Wüste kann es ziemlich heiß werden deshalb ist es gut wenn ein Mann weiß wie er sich vor der Hitze schützen kann ja bis sanujen schon immer ich kann mich gar nicht an den erinnern oder hieß der einfach früher anders oder hatte der gar keinen Namen ja zum edarion bringen äh brauche ich jetzt nicht das können wir später machen wenn wir irgendwann mal Orasul angreifen so da ist die große Treppe da fehlt ja nur noch das Gebiet und das Gebiet und dann sind wir eigentlich schon schon durch haben wir hier schon drin ist hier noch ein Magier? aber hier mal lieber oder bist du so ein einsamer Skelettkämpfer hier? so ah Brustpanzer da sieht mal einer an hier ist der einfach so random so jetzt haben wir Brustpanzer den könnten wir sogar schon machen das könnten wir auch machen Armschienen die Frage ist Innenstoff brauchen wir noch Innenstoff weiß ich jetzt nicht wo meine Bekunft ey 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 witt 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 wo kommt ihr denn her? ich schätze mal vielleicht irgendwo in Nordmar noch in so einem Grab oder so die Rüstung die Rüstung die würde ich schon gerne schmieden Großteil haben wir ja dann schon das müsste doch wieder hier das von Ramirez sein ne? ja wird aber gut dass ich mich hier umgeschaut habe sonst hätte ich jetzt nicht das Rüstungsteil noch gefunden die sind noch untote? da bin ich froh dass ich die Alternative KI ausgestellt habe das wäre so eine Wahl jetzt alle so auf dem herkömmlichen Wege zu machen wo läuft er hier schon wieder hin? wo läuft er hier schon wieder hin? mal selbst so dauert es einfach ewig schon gegen die zu kämpfen ne? halten die eigentlich zusammen wenn ich jetzt den Zombie angreife? tatsächlich? warum halten die denn ein Rudelverhalten? oh der trifft mich versteckt mich dank glön 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 okay aber da waren die letzten und roten hier ich will den harten schlag so hier sind wir wieder bei den orcys da lebt ja immer noch einer okay die ganzen kommen wir noch wieder die wir verprügelt haben oh shit der dicke ist tot ist er noch nur blub blub hier waren wir anscheinend auch ich glaube da hinten waren wir auch da waren ja die wüstenläufer zeit für ein bisschen parkour nein stelle ich mal vor scottag remake hätte die klettermechanik von assassin's creed also das wäre mir dann schon zu viel aber die normale klettermechanik wo man so kletterkanten hochklettern kann das will ich auf jeden fall das brauche ich wenn das nicht im spiel ist dann wäre ich schon sehr betrübt oh man nein ich habe schon wieder diesen bug dass ich den nicht treffen kann okay wenigstens geht das jetzt wieder hier hier irgendjemand will mich doch hier noch essen und höre ich doch an der musik ja 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 Aha. Schade, dass man diese Sakrophage hier nicht aufmachen kann. Blaue Vase, das ist ja der Wahnsinn. So, da vorne waren glaube ich dann Kafus Wachen. Und Flapp, um nichts zu vergessen, Flip. Noch mehr Sniperinos. Halt deinen Maul, Junge. So, hier ist wieder ein Magier. Wollen wir doch mal speichern lieber. Noch ein blauer. Ach shit, warte mal. Skelettkrieger nervt da, der soll da wegkommen. Komm mal her. Ja, der Skelettkrieger ist einfach hundertmal besser als ich. Ich hau deine Blockade weg, Junge. Ein großköpfiges Skelett. Hier ist deine Macht zu Kopf gestiegen. Deswegen hat er auch so einen großen Kopf. Oh, ein Gestaltag. Etwas über die Geschichte der alten Kultur. Schön. So, hier waren wir auch. Ich glaube, dann sind wir jetzt so grob durch. Wie gesagt, bestimmt haben wir irgendwas übersehen. Aber das ist okay. Zack, zack, zack. Zack, zack. Boom. Schakalaka. Fehlt ja nur noch der kleine Bereich hier oben. Und dann sind wir durch. Mit den Ruinenfeldern. Jetzt sind wir zu Ningal. Und wir können noch diesen einen Typen treffen, den wir in der Schatzkammer von Ishtar besucht haben. Der sich dank uns wieder heraus teleportieren konnte. Wir können diesen Ramon, wie es hier so, zur Rede stellen. Da ist nichts zu holen. Ja, das können wir machen. Dann gehen wir jetzt mal nach Morazul. Ich wollte die nur testen, weil der eine hat ja gesagt, die funktioniert nicht. Und sie funktioniert wirklich nicht. So ein Arsch. Da bin ich mir nicht so sicher. Wir fassen auf. Wir reden später. Sei stets auf der Hut. Ich kenne den Mörder von Ramirez. Und? Wer ist dafür verantwortlich? Ein Assassine namens Hassan. Hassan also. Er hat für Nerusul gearbeitet. Und der hält sich zurzeit in Ishtar auf. Sieh zu, dass dir der Einlass nach Ishtar gewährt wird. Und knöpfe dir diesen Nerusul mal vor. Ich werde meinen Einfluss bei Zuben für dich geltend machen. Mehr kann ich nicht tun. Ach, und ich gehe davon aus, dass Hassan seine gerechte Strafe bekommen hat. In der Tat. Ich habe mich um Hassan gekümmert. Dann ist der Tod von Ramirez gerecht. Gut. Hier, nimm dieses Gold. Du hast es dir verdient. Was genau soll ich mit Nerusul machen? Finde heraus, ob er wirklich hinter dem Erzdiebstahl steckt. Und falls das so ist? Dann erteile ihm eine letzte Lektion. Wir sind vielleicht ein Volk von goldgierigen Bastarden. Aber wir werden niemals zulassen, dass lumpige Diebe wie Hassan zu Macht und Reichtum kommen. Wegen des Einlasses nach Ishtar. Wenn du weiter so arbeitest wie hier in Morassul, wirst du schon bald vor Zuben stehen. Überzeuge noch ein paar der anderen Magier, dann bist du schon so gut wie in Ishtar. Ja, wenn ich jetzt die Oase platt machen würde, dann wäre ich in Ishtar. Aber wir können auch Gold sammeln. Jetzt, da du dir den Respekt von Gonshanes verdient hast, wirst du dich auch mit unseren Problemen befassen müssen. Und weil du mir sympathisch bist, darfst du dich deinen ersten Auftrag entgegenstellen. Was gibt's zu tun? Cafu, unser Wasserhändler, jammert mir die Ohren voll. Er hat wohl was Falsches gegessen, oder so. Was weiß ich. Schau bei ihm vorbei und kümmere dich um sein Problem, egal was es ist. Boah, das war so eine nervige Quest, die weiß ich noch vom letzten Mal. Hey Flander, willst du mir nochmal helfen? Nee. Worum geht's? Irgendein Dieb hat die Seelenkirche der Händler hier gestohlen. Und jetzt meinen sie ein Dämon ist hier in Morassul. Natürlich gibt es keinen, aber sie verbreiten Unruhr. Gonzales, wieder Ruhr. Bring mir das Horn eines Dämons. Damit könnte ich die Händler überzeugen. Achso, ja, das kannst du auch haben. Äh... Ich bring dir das Horn, aber dafür will ich Gold. Gut, Gold kannst du haben. Hier ist das Horn. Sehr gut. Damit kehrt jetzt hoffentlich wieder Ruhr ein. Mit dir lässt es sich echt gut Geschäfte machen. Sohn des guten Handels. Schon wieder eins von den Viechern. Jetzt ist hier wirklich ein Dämon aufgetaucht, was für ein Blödsinn. Ja. Woah, 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 woah. Ähm. Bye. so die monate ja ganz schön stark das ist ein ende du elendes bist und sagst du dazu jetzt noch was ist der jetzt wirklich gespawnt als gag oder ist der jetzt gespawnt damit man ein horn bekommt zeig mir deine ware ich weiß man ich weiß so ja das ding kann es eigentlich haben das kannst du obwohl das verkauf ich erstmal nicht wir verkaufen erstmal die ramsch sachen glaubst du wirklich ja das glaube ich wirklich hör bloß auf mit der scheiße wir haben ja ganz schön viel ramsch das ist schon viel zu viel was ist denn hier so viel wert das hätte ich doch besser wissen müssen die sind es voll viel wert ach so die schwerter des dunkle magel sind auch voll viel wert ach ja komm dann machen wir das nee das war eigentlich okay was ist denn hier noch viel wert ach die dinger sind zu viel wert wo schon ein stäbchen da ich weiß man ich weiß so das geht ist das dein ernst möglich ist alles kann dir doch egal sein das hätte ich doch besser wissen müssen jetzt wirst du was erleben du schlägt wieso kann ich nicht den einen bekämpfen volltreffer jetzt wirklich diesen spannenden kampf angucken ja ich helfe ihm auf jeden fall ich kann ihn schon wieder nicht treffen ups gut dass ich gespeichert habe die er werde ich helfen Ja, hey, was Ups Okay, jetzt muss er es aber schaffen Und hier applaudieren Nochmals vielen Dank Nimm es bitte als Dankeschön an Und dann setzt sich einfach Dieser andere Typ dahin Zeig mir deine Ware Achso, das war der Mit dem wir gerade gehandelt haben Zeig mir deine Ware So, du kannst mir auch dein Gold geben Ich glaube die wollte ich behalten Katana Also das brauche ich eigentlich auch nicht Und das auch nicht Das kann ich mir neu schmieden Meisterschwert und so Die, weiß ich nicht Die würde ich gerne behalten Was ist denn jetzt wieder so viel wert Ach, diese blöden Stäbe Ich mach sie hier mal rein Kann ich nicht? Nee Schilde Zeig mir deine Ware Okay, der hat auch nochmal 10.000 Können wir ganz satt hier haben Zeig mir deine Ware So, das war der Zeig mir deine Ware Das war auch der gleiche hier Ich weiß nicht, ob du damit recht hast Zeig mir deine Ware Hast du noch? Du hast auch noch Geld hier Ich glaube, ich will das gar nicht hören Ich weiß nicht, ob ich dieses Katana überhaupt brauche Ich werde die Sache zu Ende bringen Was kann denn schon groß passieren? So, jetzt habe ich 300.000 für Ishtar Das ist schon mal gut Also bedeutet nichts Gutes So, ich glaube diese Quest mit Kafu war so nervig Mal gucken, ob die wirklich so nervig ist Wie ich sie jetzt in Erinnerung habe Ich glaube, das war irgendwie so ein Bullshit Alles Versager Keiner, der ach so mächtig mag Werdet diese furchtbare Seuche von uns nehmen Hast du gerade Seuche gesagt? Ja, Seuche Wir werden alle sterben Und keiner tut etwas dagegen Die Magier wundern sich über das gestörte Verhältnis der Magie Aber was der Tod durch die Straßen zieht Belia selbst könnte solch eine Boshaftigkeit nicht übersehen Wo ist der Schutz Belias? Wir sind sein Volk Wir sind seine Diener Und er lässt uns einfach sterben Jetzt komm mal wieder runter Wieso sollten euch die Schwarzen Magier Und Belia sterben lassen? Hast du mit den Schwarzmagiern geredet? Vielleicht haben sie ja bereits ein Gegenmittel Die Mann hier sind selber befallen Die haben noch gar nichts erreicht Halt die Füße still Ich will mit Ningal reden Vielleicht weiß er noch mehr Tu was du nicht lassen kannst Aber tu es schnell und verschwinde dann aus Morasul Hier sind alle den Tod geweiht Und du fragst dich einfach Wovon redet der Kerl? Er redet einfach von irgendeiner Seuche Als wäre das jetzt So einfach gegeben Dass die da ist Das ist so eine dumme Ausgangssituation Wurzeln und Steine reiß ich raus Das ist ja der Wahnsinn Wir reden später Bleib wachsam Wir passen auf Es ist wahr, was man hört Was hört man denn? Morasul soll von einer Seuche eingesucht worden sein Eine Seuche ist es für alle Unwissenden Für alle, die glauben Belia selbst hat uns verlassen Aber da irren sich die Verängstigten und Kranken Egal was es ist Aber es ist so schwach Dass man mit einem Trank oder einem Zauber dagegen ankommen kann Das hört sich doch gut an Kann ich dir irgendwie helfen? Das kann man so sagen Obwohl der Zauber einfach gestrickt ist Können ihm die meisten Menschen nicht wirken Ihnen fehlt einfach das nötige Wissen darüber Wahrscheinlich würden sie nicht einmal genug Konzentration aufbringen können Was genau kann ich dann tun? Nun, du musst ihnen ein Konzentrat magischer Energie Also ein Manner-Trank? Das kann man so nennen, Freund der einfachen Worte Von diesen Trinken kann ich dir aber nur einen geben Wahrscheinlich wirst du aber mehr brauchen Was ist mit der verzauberten Schriftrolle? Ich habe leider nicht viele davon übrig Aber diese zwei Schriftrollen kannst du für die Heilung nutzen Sobald du einen Erkrankten gefunden hast Gibst du ihm den Trank Er soll ihn zuerst trinken Dann die Schriftrolle Es reicht, wer sie durchliest Die Wirkung setzt dann sofort ein Hört sich einfach an Na, sagte ich ja bereits Nur Unwissende fürchten diese Solche Naja Dann gehen wir nochmal zu Kavu Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern Nicht um Kavu Der Schwarzmagier hat ein Mittel gegen die Krankheit gefunden Wirklich? Wann wollen sie es uns geben? Sofort Ich habe es bei mir Bruder der schnellen Hilfe Dein Leben soll ewig werden K. kann ich das Mittel bekommen? Trink diesen Trank und ließ dir dann schnell diese Schriftrolle durch Das ist alles? Mach es erstmal Ich lege mein Leben in deine Hand Ah, da kann sogar ein ordentlicher schwarzer Roba nicht mithalten Ich danke dir vielmals Bitte bring den anderen auch deine heilenden Gaben Hier, nimm diese Boltstücke für meine Rettung Alles wird gut Kennst du zufällig noch weitere Betroffene? Ich soll mich gleich um alle kümmern Ja, natürlich Es ist doch eine Seuche Die betrifft nicht nur eine Person Zuletzt hat sich Ismail bei mir beklagt Er sagte, dass mein Wasser ihn krank gemacht haben soll Kannst du dir das vorstellen, Bruder der schnellen Heilung? Mein Wasser Das beste Wasser in Danswarland Dieser Narr sucht nur einen Schuldigen In Ordnung Dann werde ich mal zu Ismail gehen Zu Ismail gehen Ein Wort Zu Ismail gehen Na ja, dann gehen wir mal zu Ismail Das bedeutet nichts Gutes Ismail, hast du bei Cafu Wasser gekauft? Ja, das hab ich und ich brauche es Diese seltsame Seuche hat sich beim ersten Schluck in mir festgesetzt Ich brauche viel mehr Kraft beim Bearbeiten der Rohlinge Ich fühle mich alt und schwach Sogar die Magier sollen von dieser Seuche heimgesucht worden sein Stimmt das? Das stimmt, aber die Kraft Billias hat sie wieder gereinigt Wirklich? Dann gibt es ein Wegelmeckel? Ja, ich habe alles dabei Dann her damit Diesen Trank und diese Schriftrolle Mehr brauchst du nicht Und was soll ich mit den beiden Bienen machen? Essen Erst trinkst du den Trank Und dann musst du dir die Schriftrolle durchlesen Ganz einfach Ganz einfach In Ordnung Dann werde ich das machen Oh, wunderbar Ich spüre meine Muskeln wieder Ja, meine Kraft ist wieder da Ich danke dir, mein Freund Jetzt will ich erstmal die ganze Arbeit nachholen Da ist einiges Rieden geblieben Oh, Junge Hey, und was sind die deiner Muskeln für mich wert? Hm, ich bin nur ein einfacher Schmied Was sollte ich dir schon geben können? Außer meiner Dankbarkeit Na, wie wäre es zum Beispiel mit etwas geschmiedetem Besonderen Rohlingen Oder anderen Zubehör? Ach so Nun gut, das kann ich tatsächlich tun Such dir etwas von diesen Dingen aus Du willst dich also als Schmied versuchen? Das darfst du gerne tun Aber nicht in Morazul Na jetzt Da muss ich jetzt wohl nochmal rumgehen Und die Leute fragen Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Die Tempeltür ist offen Ich hab's doch gesagt Da kommen und Dote aus dem Tempel Verfluchte Orks Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Im Moment hab ich nichts Was du nicht eh schon weißt Dieser Dulkirk, ey Besser, du gehst weiter Sonst kriegen wir noch Ärger Und wem In jeder Ecke Valorans Wartet ein anderer Krankheit auf dich Sei nicht dumm Ich hab hier genau das Richtige für dich Ja, genau Was hast du denn anzubieten? Bei mir gibt es unglaubliche Schriftrollen Sie sind unendlich kostbar Und sollten bei keinem Ausflug in die Wüste fehlen Diese verzauberte Schriftrolle Heilt jede Krankheit Und ist zu einem besonders günstigen Preis erhältlich Ruhe Hast du schon von der Krankheit gehört? Wir leben hier in Varand Überall sind Krankheiten Du musst schon etwas genauer werden Im Morassel soll eine Seuche umgehen Einige Leute haben sie schon Mir ist bisher nichts davon zu Ohren gekommen Anscheinend verbreitet Kaffurs Wasser die Krankheit Das Wasser von Kaffur gehört zu dem Besten Was Valorant je gesehen hat Er bringt mir immer nur höchste Qualität Freund der zweifelhaften Worte Wenn ich es dir doch sage Du solltest die Finger davon lassen Das werden wir hier sehen Ja, dann mach doch was du willst Ich hoffe du hast saubere Füße Warte mal War der Typ nicht auch Teil der Quest? Jetzt ist er tot Geht's dir nicht gut? Nein Mir geht es ganz und gar nicht gut Ich muss mir eine dieser Wüstenkrankheiten eingefangen haben Vielleicht habe ich da genau das Richtige Ningal hat mir von einer Krankheit erzählt Die momentan in Morassel umher geht Und was muss ich dir dafür zahlen? Erst die Heilung Dann die Belohnung Das ist dein Geschäftssprinzip welches mir gefällt Vater der Tüchtigkeit Wie wirst du mir nun helfen? Dieser Trank wird dir die nötige magische Energie geben Wenn du ihn getrunken hast Liesst du dir diese Schriftrolle durch Das war's Am besten du erledigst das selbst Das war's Du haste das gut bei mir So in der einfachen Worte Ich denke du wirst mit diesen Goldstücken zufrieden sein 50 Goldstücke? Ist das nicht ein bisschen negrig für deine Gesundheit? Du wirst es noch weit behen bei den Assassinen Hier Nimm weiter 50 Goldstücke Das ist mir immer noch so wenig Ich verlange mehr Meine Dankbarkeit ist nicht grenzenlos Hier Nimm meine letzten 50 Goldstücke und dann verschwinde Wo das herkommt Gibt es bestimmt noch mehr Ich will weitere 50 Goldstücke Ich hatte dich gewarnt Mich nicht länger zu provozieren Zeig mir was du kannst Leute Es gibt einen Kaffee Die sind schon ein bisschen assi Also erst Verprügeln wir den Äh Erst helfen wir den Und dann verprügeln wir ihn Kaffee Sollte dich nun nicht mehr stören Sein kleines Problem ist gelöst Zumindest momentan Danke mein Freund Jetzt kann ich hier wieder in Ruhe Meine Arbeit nachgehen Ohne mich verstecken zu müssen Wenn Kaffee kommt Nimm diese Kleinigkeit an dich Das war es mir wert Ich meine zumindest kann man sagen Diese Quest hat auch mal was Neues versucht Aber weiß ich nicht Vielleicht stört mich auch einfach die Weiß ich nicht Die Sprachausgabe Dass das alles dann so ins Lächerliche gezogen wird Ich weiß es nicht Und Jasmin muss ja jetzt trotzdem hier tanzen Geh jetzt besser Du siehst nicht besonders gut aus Freund der Herrlichkeit Was willst du? Natürlich geht es mir nicht gut Ich habe gerade genug Kraft Mich auf den Beinen zu halten Man hat mir von einer Krankheit erzählt Die Morazul umherzieht Gibt es diese Krankheit wirklich? Oder bin ich schon so alt? Beides Gegen der Leiter kann ich nichts tun Aber ich kann dich von deiner Krankheit befeilen Wie? Nun sag schon Negal hat mir gesagt Dass ein Konzentrat magischer Energie Und eine verzauberte Schriftrolle dich heilen werden Ein Konzentrat magischer Energie? Du meinst sicher einen Mannertrank, oder? Ja Ein Mannertrank Hier, nimm ihn Ach Und das ist die Schriftrolle Und jetzt? Erst trinken, dann lesen Ich fühle mich zehn Jahre jünger Du hast mir den Tag gerettet Mein Freund Wirklich Du siehst aber immer noch so alt aus Nun, ich will das einfach überhört haben Dafür bin ich dir im Moment zu dankbar Laub aber nicht, dass du einen Rabatt bekommst Verstehe Gut, kein Rabatt Aber irgendetwas sollte dir dein neues Leben noch wert sein, oder? Lass mich mal überlegen Adeno Du bist sicherlich ein Mensch Der es gerne luxuries mag, nicht wahr? Also Aber natürlich bist du das Nur ein Narr würde Gold Oder ein wertvolles Amulett liegen lassen Daher sollst du ein Stück meiner Ehen Sammlung erhalten Äh Äh Boah, keine Ahnung Braucht das alles nicht Gold ist immer und überall sinnvoll Gute Wahl Ich will keinen Ärger haben So Haben wir jetzt alle? Fehlt noch jemand? Ich bin mir nicht sicher Aber ich glaube Dieser eine Typ Der umgebracht wurde Der war auch Teil der Quest Also wir können ja mal mit Ningal sprechen Wir passen auf Oder Ne Du hattest nichts zu erzählen Anscheinend ist Kafus Wasser für die Kranweil verantwortlich Das Wasser von Kafu gehört mit zu den reinsten Wassern von Ganswarant Wie kann ein solch wertvolles Nass verantwortlich sein? Das weiß ich nicht Aber Ismail berichtete, dass er nach dem ersten Schluck von Kafus Wasser eine Veränderung spürte Sein Wasser wird in Dans Morazul getrunken Ismail ist sicherlich nicht der einzige Betroffene Da du weißt worum es sich handelt Solltest du noch mehr Leute in Morazul ansprechen Außerdem brauche ich ein paar Flaschen von Kafus Wasser Er soll dir Proben geben Nimm diese leeren Flaschen mit Die sind dafür genau richtig Führ die fünf auf Und bring sie dann zu mir In Ordnung Ja vielleicht muss ich diesen einen Typen wieder mit Cheats wiederbeleben Ansonsten kann ich die Quest nicht abschließen Weil ich glaube das ist Vielleicht hätte man das vorher machen müssen Bevor man nach Ishtar geht Weißt du Aber man kann ja die Reihenfolge nicht vorher wissen Ich habe auch kein Problem hier mit Acheats nachzuhelfen Spielt sowieso keine Rolle Ich meine es wäre auch kein Problem die Quest einfach gar nicht zu machen Spielt nämlich auch keine Rolle Ich komme von Ningal Er will Proben deines Wassers untersuchen Da kommst du zu spät Das letzte Fass ist soeben an einen Kunden rausgegangen Jetzt bleibt der Brunnen erstmal dicht bis ich neue Bestellungen bekomme Wer hat das Fass bekommen? Es war Hector Halt nein Wer hat gestern deinen Fass bekommen? Dann muss es Fezul sein Du solltest es bei ihm versuchen Vielleicht verkauft er dir eine Flasche Wieso hast du das Wasser eigentlich noch verkauft? Du weißt doch dass es die Leute krank macht Nein du weißt dass es die Leute krank macht Ich bin nur ein Geschäftsmann der seinen Pflichten nachkommen muss Die Leute wollen mein Wasser Die Leute bekommen mein Wasser Und sie bestellen neues Es wäre eine Katastrophe wenn plötzlich keiner mehr mein Wasser will Verstehe Ja 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 Dann laufen wir mal zu Fezul Wie ist der Typ Ramon? Ich muss mal gucken wie der hieß Erfolgreiche Quests in Morasul Was sind diese Quests mit den Dämonen in Morasul? Nein Wie hieß der nochmal diese Quest? Ich glaube bei Schuld und Scheine da war der ja auch Doch Ramon hieß der Ich spawne jetzt einfach mal Gucke Spawn Ramon Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern Ja okay Dann brauchen wir ihn doch nicht Dann hieß das ja Ladde Sei stets auf den Hut Hast du von Kafur ein Fass mit seinem Wasser erhalten? Ja das habe ich Es ist vor kurzem eingetroffen Wie immer überaus pünktlich der Gute Gib mir das Fass damit ich es zu Ninnahe bringen kann Nicht so schnell So unter Ungeduld Das Fass hat mich ein kleines Vermögen gekostet Auch wenn es vielleicht nicht die beste Qualität ist Kann ich es dir nicht einfach so schenken Auch wenn es eine Gefahr darstellt Habe ich kein Interesse daran dich zu ruinieren Wie viel willst du haben? Nun um auf meine Kosten zu kommen Und weil du mir auch einen Gefallen tust Sagen wir für dich 750 Goldstücke Was? Das faule Wasser ist doch keine 50 Goldstücke mehr wert Außerdem sollst du damit keine Geschäfte mehr machen Ich tue dir immerhin einen Gefallen Na gut Na gut 500 Goldstücke Und ich werde dich in guter Erinnerung behalten Ganz ehrlich Wieso habe ich hier nicht die Wahl Einfach das zu bezahlen Wir haben über 300.000 Goldstücke Wen interessiert das? Wieviel wir jetzt ausgeben? Von mir aus könnte ich 5000 für der Scheiß fast sein Das wäre mir völlig egal Aber man hat hier nicht mal eine Entscheidungsmöglichkeit Weißt du Das wird so aufgezwungen Und das mag ich überhaupt nicht 100 Goldstücke Oder du wirst bald gar keine Erinnerung mehr haben Nicht so bereits So unter harten Worte Ich gehe runter auf 350 Goldstücke Damit habe ich schon einen großen Verlust gemacht Ich gebe dir aber nur 150 Goldstücke Immerhin macht das Wasser die Leute krank Diese zu heilen kostet auch Geld Und González dürfte es interessieren Dass du mit verdorbenem Wasser noch Geschäfte machst Langsam Nicht so schnell Sonder klaren Fakten Bitte Gib mir noch 250 Goldstücke Damit ich davon noch leben kann 200 Goldstücke Mein letztes Wort Nehmen oder die Konsequenzen ertragen Was bleibt mir noch übrig Also einverstanden Hier Nimm das Fass Aber Hättest du vielleicht frisches Wasser für mich Mein letzter Vorrat wird nicht mehr lange reichen Ein paar Flaschen würden mir erstmal reichen In der Zeit suche ich einen neuen Wasserlieferanten In Ordnung Ich verkaufe dir 20 Flaschen für 200 Goldstücke Nein, nein Nicht wieder feischen Mein Freund Ich brauche das Wasser zum Leben Wollt ihr mir das Leben nehmen? Na schön Ihr seid schließlich ein harter Handelspartner Ich gebe euch 80 Goldstücke Warum? Ein Handelspartner 80 Goldstücke für 20 leere Flaschen 150 Goldstücke für 20 voller Flaschen Was soll ich mit 20 leeren Flaschen? Ich möchte natürlich frisches Wasser Nicht frische Luft 90 Goldstücke sind mein letztes Wort Sonst werde ich in die Wüste hinausgehen Ohne einen Tropfen Wasser Der Typ ist so nervig Wieso hat man nicht einfach die Wahl ihm das zu geben? Lass mich das doch entscheiden Wer hat diese Quest geschrieben? Ich glaube Ich habe mich beim letzten Mal genauso über diese Quest geärgert Weil es einfach so aufgezwungen ist Und so unnötig Lass mich mal überlegen Hm Schon gut, schon gut Sag nichts Du bist ein hartnäckiger Händler Mein schlagfertiger Freund 100 Goldstücke Weißt du, weil An diesem Punkt Wenn man in Morassoul ist Dann hat man genug von allem Das klingt doch schon ganz anders Damit bin ich einverstanden Hier Dein Wasser Weißt du, und dann gibt es 600 Erfahrungen Wer braucht diese scheiß 600 Erfahrungen? Weißt du, dann tötest du Drei Sandcrawler Dann hast du es auch Also Ich weiß nicht Ist nett gemeint Aber Mir gefällt es halt null Diese Quest Ich schätze halt die Arbeit von den Mordern sehr Dass sie auch neue Sachen versuchen Hier wie zum Beispiel Das mit den Spruchholen So, dass sie Tränke trinken müssen Aber ganz ehrlich Irgendwie Mag ich es einfach nicht Alle Betroffenen sind geheilt Glaube ich zumindest Wenn es da draußen noch jemanden gibt Wird er schon irgendwie zurechtkommen Verstehe Hier ist Carphos Wasser Dieses Fass habe ich von einem Händler erhalten Gut, sehr gut Dann werde ich mich gleich an die Untersuchung machen Wenn du noch nicht allen das Gegenmittel gegeben hast Wäre jetzt der perfekte Augenblick Wie sieht es mit der Wasserprobe aus? Konntest du eine Ursache finden? Leider konnte ich es Es scheint sich dabei um einen Eri geführten Zauber zu handeln Von mir Du hast das Wasser versorgt? Nein, hör mir zu Ein Eri geführter Zauber hat das Wasser verändert In den letzten Tagen habe ich ein paar Experimente mit einer verzauberten Schriftrolle gemacht Ich konnte sie den Orks abkaufen Sie soll irgendwo in einer der Tempelruinen gelegen haben Also bist du schuld Weil du die Finger nicht von der Magie lassen kannst Nicht in diesen Ton Du sprichst mit einem Schwarzmagier Vergiss das nicht Ich glaube mittlerweile den Grund für die Irreführung zu kennen Allem Anschein nach existiert immer noch eine gewisse magische Welle So wie sie die alten Gelehrten und Magier nutzten Eine Art magisches Band Welches zwischen allen Zaubern und Menschen gewoben wurde Die auf dieselbe Magie zugriffen Die alte Magie Der Zauber muss vor langer Zeit in die Schriftrolle gewoben worden sein Und was bringt uns diese alte Magie? Mir bringt sie Ader, die du unschwer erkennen kannst Ich weiß beim besten Willen keinen Rat Es bleibt uns nichts anderes übrig Hier in dieser Kiste ist die Schriftrolle sicher verpackt Außerdem meine ersten Erkenntnisse Da du nun schon mal hier bist Sollst du diese Kiste nach Bakarisch zu Sigmor bringen Dazu wirst du natürlich erst den Zugang zu dem Tempel erlangen müssen Was soll ich bei ihm, wenn ich erstmal dort bin? Das wird er dir wohl selbst sagen müssen Ich bin am Ende mit meinen Kenntnissen über diese tote Magie Ja, das ist ja der Wahnsinn Ja, wir müssen ja sowieso nach Bakarisch noch für ein paar andere Sachen Können wir dann also direkt verbinden Wir sind auch bald wieder Level up Ich vergesse es immer wieder Wahrscheinlich stürzt jetzt eh das Spiel ab Doch nicht Soll ich noch was erzählen? Nö So, wir müssen ihn hier noch umbringen Ich schlebbe für den Kampf Ich schlebbe für den Kampf Hey, Fremder Es war ein Fehler von dir, Eido zu töten Meine Waren kannst du ab jetzt vergessen Sohn des Übermuts Ah, okay Nach Seine Waren sind eh kacke Hey, du Hast du einen Lades in Mörterner getroffen? Ich warte schon ewig auf meine Ware Dar es ist schon auf dem Weg hierher Ich hoffe, du hast genug Gold da Er ist nämlich sehr teuer Ich habe hier ein Paket von Bandaro aus Morazul für dich Von Bandaro? Lang nichts mehr von ihm gehört Was schickt er mir denn? Einige Trophäen, die ich ihm bringen sollte Er meinte, du würdest sie sicher gern genauer untersuchen Du hast ihm diese Trophäen gebracht Da hast du wirklich gute Arbeit geleistet Hier, nimm dieses Gold als kleine Belohnung für deine Mühe Und richte Bandaro meinen Gruß aus Falls du ihn noch einmal treffen solltest Was ist nun mit Bandaros Paket? Ich werde mir den Innern dieses Pakets genauer ansehen Einige dieser Trophäen konnte ich bisher noch nie in meinen Händen halten Willst du vielleicht noch etwas mehr Gold verdienen? Es gibt da noch einige Dinge, die ich gern einmal näher betrachten würde Du scheinst mir ein Fähiger jeder zu sein Was genau suchst du? In Myrthana leben wolfsinnig Bestien, die als Wahrende bekannt sind Wenn du mir fünf von ihren Fällen brimmst, kann ich sicher einige neue Erkenntnisse sammeln Außerdem hätte ich gern das passende Gegenstück zu diesen Sandcrawler-Zangen Nördlich der Wüste leben ihre Verwandten, die Minecrawler Fünf von ihren Zangen sollten mir benügen Im Nordwesten, wo sich Varand und Myrthana treffen, findest du außerdem die seltenen Kröter Bring mir die Haut eines solchen Tieres Ich werde diese Diener auftreiben Ich habe alles gefunden, was du suchst Wunderbar, ich danke dir Ich sehe sie mir gleich an Wann wirst du mit deinen Forschungen fertig sein? Ein paar Stunden sollten mir reichen Die Trophäen von Bandaro habe ich mir bereits angesehen Okay Bring mir etwas über alte Magie bei Da kann man nichts bei Wir sind das erwählte Volk Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft Und seine Herrschaft wird kommen Und dann werden die Erzittern Faltfremder, Nomadenfreunden ist der Zugang zur Templanleitung nicht gestartet Werbeise uns erst wieder deine Loyalität und töte die Nomadenräuberer an der Roase Halt, keinen Schritt weiter Shit Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Denn was aber nützt euer Gold? Im Angesicht von Beliars unerbittlichem Zorn Oh, ich will die Oase nicht befreien Wenn sein Zorn erweckt ist, ist es zu spät Dann werden eure Gebeten Ich muss laden Ich war, ich war Ich habe nur bestimmt ewig nicht gespeichert Keine Ahnung, wann ich gespeichert habe Okay, das geht ja sogar noch Ich glaube, das war bevor ich nach Bakaresch aufgebrochen bin Ja, die Dialoge, die klicke ich dann mal eben weg Äh Ich glaube, den bringe ich einfach um Ich logge den einfach aus der Stadt und bringe den um Dann macht er mir keine Probleme mehr Niemals Wir sind das erwählte Volk Für uns den Reichtum Für Beliar die Herrschaft Und seine Herrschaft wird kommen Und dann werden die erzittern Die seinen Zorn auf sich gezogen Wir sind das erwählte Volk Für uns den Reichtum Für Beliar die Herrschaft Und seine Herrschaft Und seine Herrschaft wird kommen Und dann werden die erzittern Die seinen Zorn auf sich gezogen haben Also zahlt Joa, und so können wir dann auch unbehelligt in den Tempel Das ist doch nett Ich muss ja noch mit Sigmor sprechen Weil die Oase, die würde ich ungern Diesmal Auf rein Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen Wenn du das sagst Wir sehen uns später Sei stets auf der Hut Ich habe mich um Aldo gekümmert Sehr gut Du bist zu gebrauchen Du darfst jetzt wieder deinen Geschäften nachgehen Kannst du mich jetzt unterrichten? Was? Glaubst du etwa, du kannst die Macht Beliars kaufen? Naja, eigentlich schon Oh, Sohn der vielen Münzen Du bist wirklich noch nicht lange dabei Aber ein paar grundsätzliche Sachen hast du schon kapiert Gut Ich werde dich unterrichten Aber glaube ja nicht, dass das ein Spaß wird Es fordert höchste Konzentration Der Inhalt dieser Kiste ist für dich bestimmt Interessant Woher hast du? Ich spüre die alte Magie Woher hast du diese Kiste? Der Magier Ningal hat mit der Schriftrolle experimentiert Weiß jetzt aber nicht weiter Nebenwahl hat er eine solche ausgelöst Und will nun, dass du dich damit weiter befasst Das klingt faszinierend Aber ich glaube dir kein Wort Ningal wäre niemals so sorglos Mit den Schriften der hohe Priester umgegangen Er hat einen Teil seiner Erkenntnisse aufgeschrieben Tatsächlich Ein paar Schriftrollen müssen von ihm sein Du hast recht Er hatte keine Ahnung, was er da wirklich getan hat Würde ich nicht wissen, dass er ein Magier ist Würde ich ihn für leichtsinnig halten Achso, kannst du mir eigentlich noch was Gutes beibringen? Ach, magische Waffen benutzt Komm, das lernen wir mal Okay, davon gibt es nicht mal einen Dialog Bring mir etwas über alte Magie bei Das wäre auch geil, aber das können wir noch nicht Dann ist meine Aufgabe erledigt Wie kann sie erledigt sein? Du bist gerade zum Beauftragten geworden Und wirst dich um die Angelegenheit kümmern Zu was bin ich geworden? Du hast es irgendwie in den Tempel von Morazul geschafft Und offensichtlich auch in unser Heiligtum Das macht dich zwar nicht gleich zu einem Assassinen Dennoch scheinst du die Aufgaben und Regeln unseres Volkes zu verstehen Also stell meine Aufgaben nie wieder in Frage Sondern erfülle sie mit Zuversicht Verstehe Der Beauftragte steht euch zu diensten Nach Nindals Aufzeichnungen, so spärlich ja auch waren Bringt er die alten Hoher Priester ins Spiel Wenn ich mich richtig erinnere Hat unser Wächter Hasulane gegen Wundworte Hoher Priester gekämpft Du wirst ihn aufsuchen müssen Frag ihn nach allem, wo an er sich noch erinnern kann Außerdem wirst du zu Amul gehen müssen Sein Wissen über die Magie der Hoher Priester wird uns nützlich sein Wo finde ich Hasul? Momentan wacht er über den Schatzraum von Barkarisch Du musst nur in das Tunnelsystem des Berges gehen Ah, gut In der Schatzkammer also Da wollte ich Was höre ich da in deiner Stimme? Lass dir nicht einfallen, dort etwas auch nur anzufassen Wo treibt sich Amul herum? Frag mich das ja nicht noch einmal Du weißt, wo er ist Ja, das weiß ich Überlebe ich den Sprung hier nach unten? Ja, sehr realistisch Gerade wenn man auf so einer Ecke landet Wir sind das erwählte Volk Für uns den Reichtum Für Beliar die Herrschaft Und seine Herrschaft wird kommen Und dann werden die Herzsituation Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter Vielen Dank bis zum Zuschauen Und bis zur nächsten Folge Tschüss 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 Tschüss